Down Daneben, ist auch down Saria kommt rechts Ich hab mein Ultra Saria ist down Haben wir Sehr schön Jetzt saugt sie mich noch ran Slurp Auf den Zettel Okay, ich bleib drauf Gleiches Setup Ich muss mir nochmal angucken welcher Rang jetzt ungefähr welche Punkte sind Vergleichen können, wo man ungefähr in der letzten Saison wäre Mal 50 einfach nehmen So Diamond ist nur Mittel, oder? Ich glaub Gold ist das Mittelding Diamond ist Master und Grandmaster irgendwie so, oder? Genau Ich geh links Kamera, Tracer Rechts Von der Diva Ist gehuckt Ist kaputt Das ist sehr gut Jetzt komm Richtung Punkt Auf den Punkt Passt auf den Hook auf Er hat gehockt Er hat gehockt Er hat gehockt, ja Bordel gehockt Er ist weg Schön Zenyatta rechts Wer ist da an mir? Er hat gehockt Er hat gehockt Ja Ist down Leiter ist low Ich auch Er hat da Ich brauche mir Hilfe auf den Punkt Ich bin auf den Punkt Ich bin auf den Punkt Die wird auf den Punkt Die wird auf den Punkt Ja Die hat er noch nicht Die wird aufgehauen Soge ist alles einziger hier Wo seid ihr? Ich habe Punkt als wer braucht Ich habe einen Punkt Schnellige Säge Sie haben Jungen Sie haben 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 Ja, der ist da. Ja, der hat den aber echt instant gehabt. Ja, der hat den aber echt instant gehabt. Der kommt da und Tracer. Ja, sehr schön. Der ist Nick. Der ist Nick. Ich habe noch mal ein Ult die ganze Zeit. Oh. Diva ist aus dem Mech raus und ist hinter uns. Oh, da kommt viel. Der Nerda kommt vorne. Ich bin da. Nein, noch nicht. Ja, aber Diva hinter uns. Jetzt doch. Ich habe jetzt recht. Gut, Diva vorhin. Von uns war gemeint. Ja, gut. Ich habe da und Diva hat mich hinter uns. Da kommt. Ich bin da. Schön. Ich bin da. Ach dann. Jetzt noch meinen Ult war. Sochalink, dann haben wir Helden. Machen wir. Diva gehuckt. Haben wir es wieder aufgeteilt. Wir machen den Luzer zuerst. Luzer ist da. Okay. Okay. Ehm. Nochmal, oder? Jetzt ging es zurück. Ja, ich bin da. Ich bin da. Einfach zum Brennhoffen. Wir haben schon einen Affen. Soll ich Worldhawk bleiben oder soll ich auf etwas anderes gehen? Oh, wie machen wir hier? Drei. Ja. In der Worldhawk oder Seniata. Genau. Das ist wenig Damage, dann müssen wir wechseln. Genau. Na, das Ultra ist nicht schlecht auf der Map. Prognose. Ich gehe rechts mit Holo. Ich habe wieder Diva. Und Reaper. Und Reaper. Reaper geht auf den Punkt. Und auf Affe. Das entschied jetzt hier. Affe link. Reaper recht. Affe springt jetzt auf uns. Soll der Geruch. Ah. Haben mich. Auf den Punkt. Auf den Punkt jetzt. Roger down. Okay. Na, sie haben einen Reaper. Ich muss vom Affen wieder weg. Ach. Das ist doch gut. Reaper nicht. Reaper auch ein Reaper. Vielleicht kannst du Reaper machen. Für den. Gerne, aber... Tracer geht auch ganz gut. Aber okay, ja. Ja, aber... Ja. Was jetzt? Reaper ist aber besser. Ich glaube es. Ja. Ah, Frey's low? Ja. Okay, ich mache dann Reaper. Ich bringe meine Bombe irgendwie noch an. Ja. Worst es? Der Reaper? Rechts. Ja. Der Fighter ist ja kolle. Die stehen schön kompakter rechts. Wann ist gut. Okay, dann lass mal links auf den Punkt, oder? Ja. War was. Was ist denn da? Max raus? Reaper? Oh, ok, ok, ich mache Reaper. Echt der Reaper? Ach, ta—da—. Ich hab mein Ultra Okay komm ich mach mal die an Nein Na haben wir nicht Ich hab's nicht Ich hab's nicht Ja vorgelegt Alles tot hier Sie Okay Ich stell mich jetzt links ins Haus Ja So weit hinten wolltest du verteidigen Nicht hin oder Wanne Also ich stehe auf jeden Fall ein Stück hinten Riefer geht links Riefer geht links Riefer auch links Riefer ist raus Was? Oh ich bin da oben Ja ich hab die Riefer hat mich Riefer hat mich Wehrlinks Wehrlinks Da reaper rechts Aferlinks Aferlinks Ok komm rein Beboost an und go Jetzt wieder dieser Ding Mann Ach komm ich war laufm Boden Schade Aferlinks 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 Weeper ist da Aferlinks Aferlinks Kann noch jemand kommen? Ah ich auch Ne Rorschach Gar nicht May auch Ich glaube gegen die halt Aferlinks 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 Ja wir hätten keine damage gelassen mehr frei Außer Pharah Und Pharah wäre glaube ich sinnlos gewesen Hm warum? Wir hatten keinen Sniper Hitscan hatten Ja Nur das Rutscher war halt Gellig gewesen Mercy wäre vielleicht auch ganz cool gewesen Und zweiten Support halt Ja Ja Na dann mach mal gleich dann Sniper Welchen mehr haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir die Mafia Würde ich lieber Roadhog wieder spielen Weil das vorhin so gut funktioniert hat Wir müssen sehen dass wir den Weeper jetzt Dass wir den Weeper ausschalten Dass das Snake frei operieren kann Ja Wir brauchen auch gleich am Anfang am besten Pick Dann können wir schnell auf den Punkt hin Weil die standen dann einfach auf den Punkt rum Und dann kamen wir nicht mehr drauf Wir sind alle schon beim Punkt oder? Ja Wir picken erstmal die Beaver hier Darf er? Nicht das picken Uuuuuh Zenerda kommt jetzt rein Zenerda kommt jetzt rein Zenerda ist down Zenerda ist down Zenerda ist auf den Punkt Zenerda ist down Da ist auch eine Mini die wir hier Da ist noch eine Mini die wir hier Da ist eine Mini Da ist eine Mini Ich hab mein Ult ready, wenn die gleich da rauskommen sollten, benutze ich das. Links? Kommt links oder oben? Oben Reaper, Achtung, Treff! Ne, ist wieder runter. Saunter rechts. Reaper auch. Ich benutze mein Ult. Sehr gut. Nice. Die war ganz links im Haus. Abgehauen. Abgehauen. T wieder zurück. Reaper rechts oben. Die ist wieder runter. Die wieder am Haus. Oh, der hat mich facken. Wo? Rute? Rechts oben. Die war auch jetzt oben. Reaper links, der ich war. Oben die war. Na, na. Kommen alle links? Ja, alte Map. Fuck. Ah, ich hatte ins den Herder gehoben, Reaper hat mich. Die war am Punkt, die kommen jetzt am Punkt. Fuck. Zurück? Hm. Erwartet, Ruben. Nicht allein jetzt von Stämmen. Zurück, 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 zurück. Ihr seid ganz kräftig in der Unterzahl. Liebbar ist. Liebbar ist wahrscheinlich oben. Aufheiß. Geht hoch. Ich springe... Aufheiß. Ich springe... Ah, aufheiß auf. Aufheiß. Ich hab 3 Drown 3 am Leben, 3 gegen 3, komm zu Risch, komm zu Risch aufm Punkt Reeper und Affe von rechts Doch, Support aufm Punkt Kommen Focktappen, Focktappen Ok, danke Links, Soldier Das war schön Kommen wir dieses Zehre da, zum Teil Links kommt der Reaper Geht hinten links und durch, hab ihn gehubst Keeper down Ok, nice Holder Hold up Haben wir noch? Affe Der Flow, der Flow Ja, down Die war da, aber weiss Funktioniert er down Sehr schön Huch, werdet nicht mit der LL Nations überholt Na Stimmt Ich nicht Ich schon Na, das eben eigentlich cooler ist Gut gekriegt Schön in die Fresse Ach du stehst, ne Halt es Können wir uns nicht entscheiden So, wir haben uns ausmacht bis eins vor Wie reffen wir ihn denn noch? Neun 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 Ok, war's Wir gehen auf die Nummer sicher nach dem fünften Segel Schöne Oh, so eine schöne Anzeige jetzt unten, wie viel wir noch brauchen Mit uns bleibt dann dort kommen, das steht nicht klar Ja 29.30 Hast du gekriegt? Ja Für die eine Runde Steht da Irgendwie Ja, das sind die Punkte für die Wache, oder? Ja Und 6000 ist das höchste, was du haben darfst, danach kannst du nichts mehr sammeln Das hast du jetzt nicht für diese eine Runde bekommen Ja, keine Ahnung 10 Punkte für die Runde Was für Level haben die? Bronze? Oder was sieht man so schlecht? Ne, das ist Platin, glaube ich Das ist Übergold Das ist Übergold Das ist gleich mit der Holo Müsste 2500 bis 2990 sein Ne, ne, das sind Silber Auch Ah, ist das auch Silber, oder was? Mhm Was, wie fährst du denn beim Placement? Attack Attack Wie viel wins und loses Also, ich wurde zweimal rausgekickt Sehr gut Von den Teammates Ja Nein Nein Das geht, wie geht das, Holo? Ich weiß Und dann habe ich zweimal verloren und wirklich, ja Ja, viermal, viermal habe ich so, ja 2600 Ja Ja, 2600 ist doch Lali War nicht Keine Ahnung Ich würde sagen, wir kicken Reste immer kurz zu 50, ne? Ja Ja Was ist am Plan? Äh, so ein So ein So ein So ein Affe oder so ein Reinhard Reinhard Ja, wir sind somewhere Ich kann den Reinhard probieren, aber Du kannst doch Mercy spielen, wenn du magst Und der Ref vielleicht Deeper? Hallo, hallo, habt ihr auch dieses Rauschen gehört? Jetzt sind die Leiter gerade kurz entgegen Hehehe 3 2 1 Attack 2 2 2 2 3 3 3 1 2 1 2 1 2 2 3 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 Oben Oben Sie haben ne Mercy da oben Es ist down die Mercy Oh können wir jetzt pushen? Vielleicht die Mercy noch filmen Ja wir können jetzt hier da Die Mercy ist down Die Mercy ist down Zurück, zurück, zurück Nein, alles tönen Ja, ja, ja Na dann, aber Gronan fahrt du mehr damit Du kommst jetzt da vorne heim Du bist jetzt alleine, Ralf? Ja, schon klar Na gut, dann haben wir das Ding Uh, 6 kills Jetzt geht ein Stück vor, dass sie mich aufbauen können Ich bin jetzt da vorne, ist nur der Lose dabei Dass sie einfach jetzt heim Oh, das gibt Charme, danke Geht mal irgendwo Das war ein Junklid Achtung, Junklid Bleib vorne, Stage Das fehlt Das fehlt Nice Super, rechts Ah, links Oh, das bin auch rechts Ich bin der Trap Shit Ich halte dich frei, ich halte dich frei Nein, ich hab noch gedrückt Ach komm Jetzt halt jetzt nachpushen Ja, ich bin der Trap Nein, ich hab noch gedrückt Ich hab noch gedrückt Ich hab noch gedrückt Ich hab noch gedrückt Ja Ich wollte gerade noch hin Das ist aber nicht so nice gegen Vorsicht Reinig, 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 reinig Ich bin der Trap Ich bin der Trap Ich bin der Trap Ich bin der Trap Oh. Okay, haltet vorne, haltet vorne, ist okay. Pusht dich, da ist schon. Betschen, Betschen, Betschen. I shot down. Pusht dich, Treff. Auf die Diva, auf die Diva. Ja, die Mercy hat mich. Mercy, je nach Punkt. Mercy, je nach Punkt, sind wir noch. Nadia, weg. Mercy ist down. Wir fahren, wir fahren, wir fahren. 0,58. Oh, der Betschen. Fuck it. Schlecht. Betschen is low. I'm done. Hey, nice. Alter, wir waren eine halbe Sekunde zu spät. Sorry. Jetzt muss ich nicht mehr reingehen allein, oder? Ja, ich bin nicht mehr rausgekommen. Ich weiß, ich weiß eh, du warst da in der letzten Wand dort, ja. Mit dem Shield zurückgehen, aber der Betschen. Ab der Zaya ist voll geschafft. Was ist das bei HL? Das ist unter oder Jesu? Ja, das ist unter, aber ich weiß nicht. Ja, sorry, war nur die Zaya. Ich dachte, ich könnte da noch die zwei Squishies nehmen. Ich hab gerade überlegt, ob ich runter soll mit meinem HL. Das habe ich nicht mehr gesehen. Der Betschen steht hinten. Ne. Ich habe nur die Zaya erwischt im Links. habtsUL. Wir haben einenloader interviewt gehabt. Ist der Betschen dran? Nein. Dann kommen wir weiterkennen. Ich hab halt da unten. Ganz links. Ich hab' den Falle eine Ich schicke Achtung, Tony Zaya, Zaya bitte fast noch Ich glaube, die Fliegelwecksball kam Sorry Oh komm, ich muss sterben! Zaya, Zaya, immer noch! Ja, wir machen sie hier Ich kann da nie leben Nee, die hat nie Profile im Meister wieder bei uns Ja, aber da wird das Schild drauf Das muss komplett genutzt sein, oder? Naja, ich hab sie auch ohne Schild entlang gekriegt, das war... Ich hab der Ultimate ready. Oh, nein. Die war, die war. Bin dran. Direkt direkt. Ja. Ich muss noch einen Pick haben, weil du kannst ja auf dem Base hinter hinten stehen. So, jetzt komm. Los, 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 los. Besten, Besten hinten, Besten hinten. Die war hinten, sei unten. Die Daya? Daya, Daya, Daya. Von da an. Danke. Besten oben wieder. Da ist da an. Müssen wir auch noch hier die... Du, es ist da an. Okay, okay. Verdammt. Verdammt. Ah, ja. Ja, fack. Oh, Gott. Oh, Gott. Also, seit dem Buff, wird die Mercy schneller als... ... dass der Soldier sie... ... gegen jemanden... ... schützen kann. Ja. ... ... brauchen wir auf dieser netten Teleporter. Neee. Nein, 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 nein. Torred. Nö, zweiten Teleporter. Hm. Entweder Senata, Mercy, oder... ... äh... ... Lucio. Ist egal. Was du möchtest. Oder... ... schnäckigst du dir der Dings lieber, der... ... Lucio? Ne, nicht unbedingt. Okay. Aber ich hätte nicht gedacht, dass man den Speedboost merkt, dass er so viel langsamer ist. Nein. Das geht. Hast du den schon angehabt? Ha, 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 ha. Vorher sind wir so zum Rennen hin oder der... ... jetzt so. Ja, wie möglich ist es schon. Hallo, wo bist du? Ja. Ja. Kommst du hinter mein Schild? So weit hinten? Ja. Bitte. Was komm ich mir so wertlos vor? Ja, oben ist ein Hanzo, Vorsicht. Ich brauche halt jemand, der jetzt links steht noch. Äh... ... Rett kannst du schlafen stellen? Nein, das war... ... das war kein Hanzo. Haha. Der ist schwer wieder weg, halt. Ja, aber du kannst dann halt... ... halten müssen wir schlafen. Hier rechts ist raus. Ja, hinter uns jetzt. Zaya, Zaya, Zaya. Anna, Anna. Die gehen links. Die gehen nach. Mhm. Ah, links. Ah, ich bin in einem Plan. Scheiße. Sniper ist links, vor sich. Ja, ist zurück. Saga ist recharged, 90. Okay. Wir müssen mal vor. Ja. Wir müssen weit hinten. Okay. Da. Jemanden. Zaya, Zaya, Zaya. Können wir jetzt noch Damage auf dieser Ackling? Zaya down. Ja, fuck ich auch. Sorry. Nein. Nein, war meine Schuld. Ich bin wieder... ... in gleicher Zeitpunkt gewesen im Reinfahren. Timing habe ich nicht drauf. Ich habe Ultimates. Wer noch? Aber natürlich findet er nicht da durch. So weit hinten darf man nicht defenden. Das ist aber... Da muss man vorne bei der Tür sein. Ihr seid... Ja, warte. Der Benz in die nächste Stage. Weg, zurück, zurück, zurück. Okay, gegen Reinhard. Punishen. Geht das? Schild, schild, schild. Die Zaya, Zaya, Zaya. Reinhard. 2-5-pick. Großes Treff. Ich habe meinen Rückwärter E. Okay. Braucht man nicht da schön. Nee. Lieber aufheben. Ja, ja, ja. Wenn der Reinhardt, wenn das Schild weg ist, dann... Wenn du das Ulti machst, dann machst du auch... Oh, Vorsicht. Reinhard, Reinhard, Reinhard. No, was macht der da? Schilder ist dran. Okay, an Schraben, an Schraben. So, ich werde jetzt das Ulti benutzen. Weil der Reinhard weg ist. Ich bin hinter der Reinhardt. Ja, nice. Perfekt. Mann, die Ana. Ana weg. Wir kommen wieder zurück. Ich habe noch einen defensiven Gold. Ja, ich habe 30%. Genji jetzt links. Genji könnte links gehen. Ja. 1. Green. 2. 2. 2. 3. 4. 4. 5. 4. 5. 5. 4. Ja, die DIA DIA. Ja, TAUJAR. TAUJAR. Down. DIA, jetzt putzen. Reinert, Reinert, Reinert. Gehen wir das. Genji ist nix. Ist ok, lass den einfach. Können jetzt grad eh nichts gegen ihn machen. Einzig, was aufgrüßt, Genji ult. Wir haben jetzt keine defensive Ulti. Ich hab Pan ult wieder. Vorne auf, vorne auf. Ich werd es, wenn Reinert nicht da sein, Leute gleich benutzen, weil die Zaya grad ihr Dings benutzt hat. Achtung, ich schieße. Ich muss das Schild aufladen. Ok. Ja, einer ist down. Seht da hinten. Kommt, push doch bitte nach. Ok. Creeper? Die sind auf mir, die sind auf mir. Ich bin aufgeholt, ich brauche ein bisschen Heal. Reinert. Links, links, ja. Genji auch. Komm zurück. Vorsicht! Genji down. Genji down. Anamain, Vorsicht. Rollo, du Hinterschild. Ich bin auf. Ich hab bald Ulti. Ich kann da wieder... Ich hab auch wieder defensives Ulti. Ja, ich hab Achtung auf. Auf. Oh, Vorsicht, lasst euch da nicht weg, Spam. Links ist die Zaya, rechts sind die... ist Juggered und so. Juggered, ja. Vorsicht! Rollo, du Hinterschild. Wenn Zaya aufmacht, ich komm mal zurück. Mehr Damage. Genji! Genji! Genji, Genji, Genji! End auf Genji, ja. Zuschlagen! Na, ich bin tot. Und zurück F. Ich hab noch den... Ich hab schon wieder mit dem Ulti, Reddy. Ich hab schon wieder mit dem Ulti. Ja, das ist Zens eigenes Aufgabe. Die kennen sich ohnehin. Wir haben jetzt auch einen Reaper. Ich hab wieder Reddy mit dem Ulti. Links, sicher für die ist die. Ja, ja, ich wollte nur schossen. Ich hab langen Weg. Ich bin noch nicht da. Komm zurück für Heilung. Ich leg's hin. Schauen wir das down. Mich verfolgt hat der Reinhard. Mich verfolgt. Oh, du Scheiße. Komm zurück, komm zurück. Reinard, wir sind down. Vorsicht. Ja, ja. Down. Der hat mich die ganze Zeit verfolgt. Der ist da extra raufspaziert. Ich hab meinen Mundi already. Ich. Okay, Reaper picken. Reaper komm. Reaper an mir dran. Okay, der hat mich angestellt. Jo. Weg mal kurz hinten. Nein. Ich stand noch. Nein. Haha. Jo. Final Score. Jetzt werden wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen stolper. Ganz viele Runden verlieren, dann kommt er rein mit Bronze oder Blech. Dann machen wir Team mit ihm und dann spielen wir so. Oh, das ist lustig. Wie kriegst du jetzt eigentlich so? The Bastion. Hallo, wie fährst du denn gekriegt? Letztes Match? Ah, das Ding. Okay. Da hat er glaube ich viel Schaden gemacht. Ja. Mareb, was soll das? Ah, Slaves musst du dich wieder retten. Ja. Das ist unglaublich. Okay. Danke. 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 Ja. 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 Ach, mir fehlen noch 824. Eine Minute sieben, Objektiv Time. Karrier Best. Und das, das ist, das traut er sich sagen auch nicht. Ja, aber das ist ja für die neue Season Karrier. Ja, das gilt mir dafür. So, erstmal Lootbox aufmachen. Oh, ja. Wette Halloween kommt das nächste Event. Ja, Halloween kann ich. Und dann Weihnachten und dann Silvester. Ach ne, Thanksgiving gibt's ja auch noch. Wann ist das? Hanukka. Ist im Oktober. Glaub ich. Ist im Oktober, ja. Das ist ja ungefähr. Muss ja sein um die Zeit da, wo geerntet wird. Dass die Ernte fertig ist. War ab Winter jetzt irgendwie unangebracht. Wahrscheinlich denken die alle, wir sind so schlecht wie Holo und geben uns entsprechende Gegner. Mhm. Okay. Ey, deswegen ja. Ja wie gesagt, Holo ist doch irgendwas auf dem Platin. Das ist ja ganz normal. Hast du noch kein Level gemacht, Holo? Nee, nee, nee. Wie viele Punkte haben sie jetzt gekriegt, das letzte Match? Äh, 40. 40? Ich glaub, da kriegt man mehr. Oder 60. Ich schreib da ja gar nicht hin, gell? Erzählt aber irgendwas dazu. Müsst man sich auch ausrechnen. Oh, das steht jetzt nicht so wie immer. Soll ich's halt machen? Soll ich's halt machen? Soll ich nur gucken, ob wieder ein Heal reicht. Ja, wenn wir Heilung brauchen, dann sag mir Bescheid. Bescheid. Ja, T-Rex haben wir ja, hast du ja Heilung noch und der Holo hat nochmal Heal. Nö, ich bin das arme Schwein. Ja gut, du tötest einfach und dann healst du dich dabei. Achso, okay. Ging dran im Plan. Na ja, die Gänge ist. Ich mach den mindestens. Oh, danke. Danke. Ich bin am Arsch. Wo wart ihr auf einmal alle? Meid down. Von rechts auf den Punkt. Los, los, los. Beaver down. Hinter uns, hinter uns. Kommt. Nee, kommt doch nicht. Kommt doch nicht. Missio? Der Einschub. Ja, scheiße. Beaver ein down. Links, Rotor. Kommt. Aber dann. McCree in Mitte. Au, au, au. Ich geh rechts. Hab ein Auer. Rechts kommt der McCree. Die haben eine Anna. Die haben Anna. Rechts oben. McCree immer noch rechts. Leva kommt auf den Punkt. Main, kommen sie jetzt. Gengi und McCree rechts. No. Leva kommt von links. Rotor von rechts. Ja. Low. Anna, Anna, Anna. Anna, Low. Wo ist denn der? Wie war denn? Oh. Was ist das ein Bit sein? Wo hat er denn, äh, das... Ulti bitte, ja. Ah, liegt auch. Ah. Vorher, vor Berlin. Rechts. Ist da noch einen? Ja, ja, ja. Der Kree rechts. Anna, Anna, Anna. Der App ist perfekt. Sie haben nur... Naja, ich weiß noch wo du weißt. Achso, okay, du bist der Affe. Ich dachte... Ja genau. Ich hab mal nen Ult. Ich gucke gleich mal ob ich das gleich anbringen kann. Müssen wir die Diva wegkriegen. Müssen die Diva erst rauskriegen. Fuck you low. Ok, Diva ist raus. Ich mach wohl die an. Ja, links. Ich stirbt, dann ist so hier. Meckery. Meckery und Junker. Von hinten. Junker durch. Nein, das kackt Junker durch. Genji ult. Ja, scheiß Genji. Genji ult. Ja, ja. Ja, ich muss zurück, ich muss zurück. Ja, hau ab holen. Genau, sammelt euch. Nicht rein, wer ist da vorne noch? Achso. Ja, ja. Ich hab den Genji noch erwischt, ich hab noch zwei erwischt. Ich hab mir gedacht, ich kann noch blocken. Aber gehst du noch rein? Los, 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 los. Ja, ok. Okay. Okay. Rauntop, Rauntop, Rauntop. Aufdown. Nein, ist nicht down. Achso, Junker, Entschuldige. Jetzt. Sorry, ich hab Junker. Ja, schön. Ja, du kannst defekten, was du möchtest. Du könnt auf einer Fallon. Genau. Steht da vor mir mit dem Käsemesser und schwingt. Ich glaube, ich kaufe mir die goldene Waffe für Pinst. Einfach übergeben. Noch 120 Siege, ne? Na, wache mal ab, bis der Genji auf Reaper wechselt. Dann überlegst du's dir vielleicht nochmal. Na, dann wechsle ich auch wieder auf McCree. Das ist so unheimlich wie für dich, wenn die Genji zu Krieg sind. Ach, vielleicht wechsle ich auf Diva. Mal gucken. Ja, wir haben jetzt wieder ein bisschen weniger Damage. Müssen uns gucken, was's hingeht. Mal gucken, was's gut. Mal gucken, was's gut. Wir gehen links bei uns. Haben jetzt einen Hanzo. Die Hanzo, ja. Hanzo, man. Links, links, links. Links, links, links. Links, links. Luzio, Luzio, Luzio. Ja, ich bin der Lieber. Lieber, Aerodok, mein ich. Ich da, ich da. Hanzo links, Hanzo links, Hanzo links. Ist ja ein Hanzo, okay. Ja. Gensys low. Ja, ist aber weg. Diva am Punkt. Habt ihr den Hanzo? Ja, ja, ja. Er stumpt. Mini Diva. Rüko. Andy low Andy down Lucio Rauchhot 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 Reinathauser Reaper links Genji Ach Nein Habe ich nicht gesehen Eingefahren Das war schön gemacht Ah Schade Jetzt lass uns wieder sammeln Stage bleibt hin Ich habe auch Alte mit 3D Ach Scheiße Das war dumm Das war so dumm Sorry sorry Voll geracelt Ich dachte Nicht daran gedacht dass wir keinen Schaden hatten Ich weiß nicht ob wir wechseln sollen vom Affen Gegen Mei und so weiter Fuck Ja Na ich wechsel Ich hab jetzt noch mal Und zurück wenn ihr könnt Ach der Rauchhot ist zu los davon noch Sammeln wieder Ja Ja Dieses Punkt bringt gar nichts Okay lass mal langsam rein Wir haben einen Pick Ja komm auch So wir sind jetzt am Punkt Wir sind im Minus 1 Na Wir sind im Minus 1 Wir sind im Minus 1 Wir sind im Minus 1 Wir sterben da vorne Down 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 Der Lüste ist down Die haben keinen Heal Die haben keinen Heal Auf den Punkt Auf den Punkt So jetzt auf den Punkt geht das Na geht noch ne Nein Also mein Problem war die Mei Ja meins auch Wir hätten die beiden Healer gebraucht Ich hab euch nie hochgekriegt Ja wir hatten nochmal 3 Tanks Und ich krieg euch nicht hochgehealt Wenn wir 3 Tanks spielen brauchen wir uns beiden Healer Definitiv Mhm So welche Map ist das? Das Team Map hier ist eigentlich Ordnung Pflicht Ich kann Senjata noch machen aber Ich bin... Ja jetzt haben wir 2 Tanks Das gehts einigermaßen Sondern sich einer selbst gehen kann Jemand hat mal 3 Und die krieg ich nicht hoch Was macht man gegen Mei gut? McCree McCree schaden Von hinten ja Nein Ich bin hinterreft Links Da Ey wie kann der mich da Mach doch nix Wir gehen auf den Punkt Wir gehen auf den Punkt Wir gehen auf den Punkt Wir gehen hier von hinten vor sich Ich bin da irgendwie Beeper down Ja Beeper down Mei Sollten wir kriegen Oh Mann 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 Foggy 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 Main 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 Zack Nein Da ist noch ein Nuss für drin Down Ist down Ja schön Auf Vorsicht Wotterpuck Sehr schön Nice Genji komm Ab mein Ultra Ab da auch Links komm jetzt Wir gehen links Wir hinterlassen es immer rum Genji Von hinten Die Verkackte Mei Genji Down Jaa Ich popke uns Mei, ich popke mich Main 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 Nooo Na ja Gab Charge für mich Weil ich geschildet hab Genji Wir betrunken Genji Fendi down Schaffen einen Ult Nächstes Mal wenn ihr auf den Punkt kommt Er hat mich runtergekickt Hinter euch losgeschmärzt! Ihr habt keinen Heal Fendi down Rechts ist der Rotor Erstmal ein Ult, die können sie nicht machen können Der Rotor springt doch immer runter, oder? Ja, ich weiß auch nicht, dass wir einen mitnehmen Ja, er will die ganze Zeit einen mitnehmen und stoppen Genji, Genji, Genji I'm down I'm down Shit I'm down I'm down I'm down Benji Schnitzel nicht Stannin Hab ich versucht Aber ist mir dann leider nicht klar Ah, ok Ich bin weg 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 Natürlich die Stage wieder Ist das eigentlich random? Die dritte, varte, fünfte oder ist das immer eine Reihenfolge? Hm, random Das war ja die zweite, ja Einfach random Ja Ähm Lass uns ganz am Anfang erstmal links oben lang reden Ja Und dann Hyatt Wunsch erstmal ausnutzen Und dann aber auch zum Kappen runter zu troppen dann Also nicht zu lange oben bleiben Hoch versuchen ein paar Picks Aber wenn die halt unten auf dem Punkt stehen, müssen wir auch runter Dann müssen die einfach kappen Aber erstmal links hoch jetzt Ja, ich bin hier oben Chowtrak hat ihn off Off Auf Entfernt der Genji Ich suche sie am Punkt Genji hat ihn off Ich bin auf Ich bin auf Ich bin auf Ich bin auf Mei, Mei, Mei Mit am Punkt Wir am Punkt Okay Mei, Mei, Mei Immer noch Oh man Okay, den ersten und die Nase raus steckt Links, 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 oben Otto Hier gehen alle gelegentlich Geh hoch erstmal Na, die Freien hat wieder wieder Mei Genji, Genji, Genji Auf den Road Dog, können wir auf den Road Dog Damage kriegen rechts Bis dahin Ja, schön Oben, 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 überm Punkt ist irgendwas Da Genji Das ist der Genji Das ist der Genji Der wartet auf den Öl Der wartet auf den Öl Er ist ein bisschen low Er ist ein bisschen low Ja, okay Out Aus Du siehst du da Er ist ein Weg Nee, ist ein Weg Nee, links, oben Genji, down Genji, down Können wir runter Links, der Road Dog Down, schön Kann ich Heilung haben, bitte? Hup! Danke! Danke! Äh, meld gleich mal ein... Ach! Ich hab's verkackt! Sorry! Komm schon her! War neben dir! Ticken! Reinhard! 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 Ja, das war eine schöne Popo! Stand alle bei mir zusammen! Schlecht! Wenn wir den Punkt haben, lass die erst pushen! Jaja, ich hab das... Ich hab die Situation auf der Welt gesehen! Das war dumm! Wollen wir das zum Pushen benutzen? Das Ult, oder nicht? Die haben auch einen Zenyatta! Jaja... Mailing! Ich hab Gengi... Ja, Gengi... Ja, Gengi... Ja, Gengi war Ultra Low, ich wollte ihn noch picken, aber... Ja, ich hab meine... So, hab wieder welches! Okay, komm, lass auf den Punkt! Lass auf den Punkt jetzt! Ich bin rechts Ultralow und... Oh, ich hab Ulti an! Jetzt! Reinhard! 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 Tun, ich werde mehr Schaden machen, sonst... Tun, ich werde mal auf den Punkt jetzt! Sehr. Wir kommen alle weg! politische Erinhard! Kr sept. Ja, dann in Ordnung! Okay, nice, G.G. ich bin cooler Repo, dann hätte ich da die Bio-Medaille hätte ich kein cooler Repo sein das wäre so cooler Repo mit einer Goldmedaille sein Uncool ist das neue Cool naja, das war so mein ja, genau in dem Moment, wo dann äh 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 dann gehen die die ein Ulti gemacht hat und so weiter, dann hätte man die Ulti von Unshall gebraucht die einfach so ein bisschen weniger machen konnten ja, der Stage hat einfach sterben dürfen ja, ne, ich hab's verkackt die Runde aber mit einer ersten Freebase nein, nein, wirklich, ich hab da echt ein keine Ahnung, psychologisches Problem wenn ein Genji dabei ist, wenn ich das Sound höre dann das ist einfach ohne Sound spielen, wenn ein Genji dabei ist dafür hast du ja ein Team toll, ein anderer macht's mhm, toll, ein anderer stirbt dann Tease hab ich toll, wie alle sterben, meinst du ah, Lukebox so da da geht's so da geht's raus schliesslich gefühlt soll ich mehr Saria machen? gerne ok so, Control Center hm für dich geht eigentlich das gleiche wie für Nice Richtfer jaaaa manchmal ist Saria nicht der beste Pick sag mal eine Karte, wo eine Saria nicht gut ist ne, ich glaub man kann überall spielen, aber zum Beispiel auf, ähm, Numbani halte ich Diva für stark ähm, und und auf der mittleren Stage von auf der mittleren auf der mittleren Stage von weiß ich nicht oder auf der mittleren Stage, ähm, von die breiter und auf der mittleren Stage von Hollywood so, gehen wir lang na, äh, mittell links hoch nein, 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 nein nein, nein der wurde Saria? hier ist überhaupt kein, spielt gar kein Genji mit ach, hey, geht auf den Punkt, geht auf den Punkt ja den Lucio, den Lucio ok, dann weg so, dann ist noch der Genji, der die ganze Zeit hier auch jetzt Terra Terra oben ja, Genji hat mich mach ihm doch nicht noch mehr Angst hier ja, dreht doch mich zack es ist ein Spectator ok, schön schön, schön, schön McQuay oben noch oh hast Schild, hast Schild ich down ok, cool Gute Ansage haben Sie, McQuay ja, wirklich ich mir war das auch nicht klar wo ist die Farrah da? er wollte mich nur vom Genji ablenken Genji wieder Reaper hinter uns haut ab, ich versuche ihn zu rucken Farrah rechts ach, boah der Reaper, ich dachte, er kommt zu verblicken ich hab doch mal einen Stun gemacht ich hab doch mal einen Stun gemacht get in there komm, bleib Pupps an ich bin grad aufm Aachen ich bin grad aufm Aachen, aber ich bin gleich dran ah, jetzt fangst du rück? ja, ich wechsle wirklich ich mach grad 3 ich bin down Benji hat mich get in there ich hab meinen ult ready ach, sorry ach, sorry ich hab doch die Chance ich bin grad ich war aber nicht richtig ich bin grad ich bin grad fack, mein Mocki ich glaube, sie sterben ach, ihr seid so weit hinten noch oh, fack gekackt da schreit Genji mehr so, die haben ihre Schild ich werde jetzt meinen ult benutzen ach ja, gut sehr schön aber schon wieder die Kindle, die Ulti BTS ja, wir brauchen glaub ich ne Feral Ulti und ne Feral Ulti wirklich, wie lange dauert das? aber wir haben ja jetzt Stage ja ich hab grad Tresstück gekriegt aber leider nicht den Genji ja, wie gesagt wir brauchen schon Yatta oder so weil sonst Reaper plus Genji Ulti krieg ich beide auf keinen Fall weg die werden uns immer töten damit wenn wir sie nicht voll was ich nicht glaube Tariffa ist oben mit Fara ja mit der Genji ich hab ne Ahnung wir sind jetzt auf dem Punkt ran Tariffa oben der Mocklitz gegen die Tariffa ja, der Genji macht nicht immer Platz ich kann nicht ich weiß, der Genji bin ich früher mehr ja, der Refa vom Hinsen hinter dir ich war hinter dir ja, ich weiß, aber die Genji habe ich noch 1.000 vom Schirm die Genji habe ich noch wir haben gegen IT mit vom Kins gemacht von Lucio sonst wäre das ja nicht Genji würde ich auch wiederholen das hätte ich haben der ist zumindest da nicht einmal der kommt auf dem Punkt in 3 2 1 jetzt äh äh Genji von hinten und dann den Vorsicht wieder zusammen mit Rito zu fahren Isaya ist extrem high getcharged tut der Genji ich hab doch ich hab fünfmal auf die Kacktaste gedrückt wie gesagt auch ein Fenyatta wenn wir das nicht gewinnen wenn die so weiter stehen mhm ja, den macht der Genji genauso platt ja, aber du hast das defensive ult halt noch du hast das ja, richtig wie gesagt wenn Genji ultier macht den krieg ich ein bisschen weg geblockt mit dem Schild aber nicht viel und dann macht Reaper ult dann sind wir hier 100%ig down 100% ja, aber das kriegst du auch mit dem Ding nicht hochgehealt ja, das kriegst du mit dem ja, da ult aber hochgehealt darum geht's alleine was irgendwie ja, mehr können wir auch mal testen mehr ist auch nicht schlecht und das einfach nicht rennen das Problem ist, wir hatten kein Pick also, das war das größte Problem wir haben einfach niemanden down gekriegt nicht mal einen ja und wir hatten auch nur mit der Zilo und dann müssen ja, als wir zwei down gelegt haben haben die von uns äh, vier gekillt und Elemente mit sieben ich auch doch ich weiß gar nicht mehr ich weiß gar nicht mehr das ist Platin mit Null ja ich hopp dir irgendwie hinein ja es war doch klar ich wusste es doch Creepa auf den Punkt Creepa auf den Punkt Lucio down ja, Genji 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 war wohl etwas schlecht ich weiß, dass die da rumschießt ähm ja, bleibt hinten oh, so schlecht ja, das ist der erste Los das ist der erste Los ähm vielleicht Diva machen? ja ja wir brauchen einen McCree gegen den, die Pharah ja, wollen wir mit Mercy und McCree vielleicht ich sag mal ich ging fest Los komm, links lang links lang links lang links lang ja, die ist ja scheiße die warten schon links ja ja, ja hab die in Lucio, glaube ich Ja, und ich hab da runtergeschubst, leider. Keine Lust, wir haben einen mehr. Das ist super low, jemand auf den Punkt. Ja. Ja, weiß ich, super low. Daher, daher, daher. Ich glaube, wir haben's. Ich bin noch dahinter. Starn. Genial, man. Auf die Tempo. Down, bitch. Was? Den Link. Ich hab meinen Ur-Ready. Rechts kommen alle vier. Schön. Nee, nicht schön. Ich hab ja den Gronon gemacht. Achso. Haben wir nicht beruhigt. Okay, im Vorrecht kannst du Schild. Achso. Und nicht. Er ist gestarmt. Nice. Also nice. Ich kann noch mal Schild haben, dann krieg ich mit. Ja, ja, klar. Sicher. Der wird ulken. Der wird ulken wollen. Achtung. Ist da an. Nice ult. Main, Main. Main, Main. Komplett. Dann halt ich mich dazu. Uuuuuh. Ja. Und jetzt ist dein Stammrich. Cover. Über, über, über unsere Köpfen. Oh, der ist mitbeleid. Ja. Nee, das ist ein Punkt. Sniper höre ich irgendwo. Ja, der ist, äh, links durch. Vorsicht. Oh, ich wollte ihn nicht hin. Okay. Lass doch nicht von dem Sniper ficken. Dann geht er sonst einfach weg. Du willst du hinziehen? A5. Genji, hinziehen. Ich krieg da noch einen Gatsch auf dem Punkt. Und den Genji noch? Ja. Oh, der Genji hat mein Ursprung des Fleckes. Okay. Fahr da oben, Fahr da oben. Ich staun. Fruchtier. Ja, ich weiß noch Main, Vorsicht. Ha. Haha. Okay. Das kommt übrigens. Das haben sie eingestellt, wenn... Von E. Okay. GG. Genau. Aber ich hab auch gehört, wenn du das zu oft machst, dass du irgendwie temporär gebannt wirst. Zumindest vom Chat. Aber GG darf man nicht mehr schreiben? Doch, GG ja, aber nicht EZ. Aber ich seh mich... Ich seh noch immer EZ stehen. Ja, nur lass nicht GG EZ schreiben. Nicht daraus probieren. Okay. Ja. Warum nicht EZ schreiben, dass ich auch wieder schwach bin, oder? Geh mal bitte auf den Punkt. Okay, direkt auf den Punkt. Ja. 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 Ja, den kann man nicht mehr... Rein ab, rein ab, rein ab, rein ab. Rein ab, rein ab, rein ab. Rein ab, rein ab, rein ab. Gendy hat mich. Gendy auf den Punkt. Gendy, 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 Gendy. Achtung. Sehen nicht. Ach, dieser Verkrankt. Ich hab kein Nil. Achtung. Gendy ist da. Gendy ist da. Ich bin down. Ich bin down. Es geht defensiver, wenn ihr könnt. Es geht defensiver, wenn ihr könnt. Ja. Mach hier nur um alle men. Die Leute. Spiel. Ja, ich bin jetzt da. Ihr seid vier im Moment vorne. Ihr seid zu viert vorne. Der Gendy. Fickt ihn Gendy einfach. Einmal? Ach, der hat den umgebracht. Ach. Was ist denn? Ja, es war... nicht gut. Von hinten ist dieser. Okay, ist weg. Einer hat rechts. Kriegen wir den... nicht. Ich bin punished nicht. Hast du mir mit dem Shield rein? Ja, ja, sicher. Ja, ja, sicher. Ach Gott. Nein. Sehr schön. Schönes Woll. Aber... Nein! Möge! Nein! Ja. Wahnsinn! Ja, können wir entweder winzen oder äh... Es war doch alles gut. Wir haben nur die Möse nicht getötet. Ja, richtig. Dafür's winzen. Oder es sind ja dafür die Ulzen. Ja, hätten wir die anderen nicht getötet. Ich darf übrigens mit Winzen. Naja, ohne das Mei-Ult werden wir gar nicht auf den Punkt bekommen. Das stimmt. Aber... das läuft ja nicht richtig gerade. Oh, sorry. Nicht! Oh, Mann! Das war nicht Absicht, sorry. Die Masse ist draußen da. Bixi, Masse. So, links kommt rein. Echt. Kessling da. Nein, ich wollte doch hin. Ist gleich da. Ja, passt. Na, 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 na. Merce ist rechts mit dem anderen Park. Ich bin wieder tot, ich hab keinen Gehen. Achtung. Diva hinter uns. Diva hinter uns. Ich hab hier die Mini Diva sozusagen. Also den Mech, so. Ganz gemein. Oh, die kommen mit einem Reinherstiel auf dem Punkt. Ja, den Tendiflag mehr. Der Tendiflag mehr. Der Tendiflag. Der Genji. Ja, aber... Jetzt wollen wir uns ein bisschen defensiver. Ja. Ich hab mein Ult wieder. Ich hab auch mein Ult. Die Mercy wird sich verstecken. Die warten auf das Anna-Ult. Yes, yes, yes. Reinhard, Reinhard, Reinhard. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Schön. Oh, sorry, das war ein bisschen Verschwendung. Okay, das war's. Die Mercy, nice. Die war am Punkt, die war am Punkt. Die war am Punkt, ja. Ah, das ist ja eine gewisse Punkt. Ich pick die Gealer, wenn sie kommen. Das war's. Der Korn und Pick, wenn sie kommen. Wenn sie so so schön landen. Der Eckstift. Gut. Hübsch. Ach, die Stage wieder. Ich kann einen machen. Nein. Gehen wir links rum wegen Farrah. Ja, links. Ja, links. Ja, links. Ja, links. Ja, links. Gut. Direkt auf den Punkt. Direkt auf den Punkt. Die kommen auch links. Die kommen auch links. Die kommen auch links. Alle. Alle. Alle, alle. Nein, ich hab dich nicht gekriegt. Sorry. War alles gut. Sehr gut. Mit Grüßt sagen. Wir haben wieder Mercy. Schöne Schild. Die Anna geht hoch. Die Laia ist super dick geschaut. Ja. Die kommen jetzt. Ah, da kommen wir wieder. Komm, die. Missen wir arm. Der hat mich gehobt. Die will ganz zu merken. Fuck. Und dann. Und dann. Und dann. Hast du einen Hallo? Dort dort. Dort dort. Braum Punkt. Dort dort dritten. Braum. Ah, ja, ja. Jeder mit. Da kommt. Er ist wo. Vorsicht. Ah, ich hatte die Mercy fast. Da wurde sie geschildert. Ah, ist sie da. Ah, ja, ja. Da hat er mit. Mit. Anna holt dann Punkt. Ist da ein. Aber ich. Ich kann was fürs Fenster schmeißen. Genau. Ich habe zwei Räume fallen. Alle runter. Da unten. Mach sie, mach sie, mach sie. Habt ihr sie? Nein. Ist rüber geflogen. Geflogen. Da oben. Sagt mal. Wenn die da an der Brücke… Ja. Jetzt. Nur deme Trki. Oder unten. Noch nicht. Ich hab mich stets… Junge, links!? Nice. Nice. Da war er. Winnomaker. Na er fand doch, oder? Beste kommt durchs Fenster. Ja. Der hat gerade die Hullkraft verschwendet. Yes! Ja. Ah, den Skull. They won you the game? Das finde ich nicht. Doch, definitiv. Das war gut. Ja, genau so musst du halt machen. Lass die Leute sterben, und wenn sie eh alle auf dem Punkt sterben, kommst du noch ein. Mit der Ref. Ja. Und Stage, du hast schon wieder easy geschrieben. Ja. Ja. Oh. Ja. 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 Eins würde ich noch machen. Ja. Eins noch ist. Ja. Eins noch ist. Ein Badstest. Mal fünf und dann gucken. Übermorgen. Morgen kann ich nicht. Mal noch zweimal fünf. Oder ihr macht schon vorher ist egal. Ui, das ist eine Map wo man denken muss und so weiter. So. Mit Taktik. Fangen wir tief ins an. Wie was wie. Hm. Also eine Map mit denken und Taktik. Ja okay. Hm. Ich weiß nicht, was ich da spielen soll. Kannst du eine Tracer machen einmal? Gerne, ja. Zum links ablenken und von hinten halt nicht sterben. Ja, ja. Ok. Achso, wir sind Offense, äh, Defense, sorry. Letzchen. Ich hoffe, ich glaube, es passt mal, dass ich in Offense zuerst. Ein Reaper vielleicht? Ja, sonst Reaper, ja. Ja, jetzt ist es in der zweiten Fahne. Tracer ist eh gut, das ist so ein Ab-Aufwisch, das. Ja. So, wo stelle ich mich hin? Na, hallo? Ich finde ja da oben ganz gut. Da. Kannst du mit dem Rocket Jump hin, äh, oben. Was sagst du, Sage? Dass ich gleich ein bisschen Charge aufbauen möchte. Also, vielleicht am Anfang nicht gleich hinter mir stehen. Hm. Ich will auch Charge aufbauen. Wo stelle ich mich hin? Gibt's einen Ref? Einen Ban. Nee, Ref. Der gibt mir keinen Charge als Tracer. Das kenn ich schon. Sack. Genji ja mal. Äh, Roadhog. Ja, ja. Ja, ja. Ja, kein, ähm. Ja, ein Reinhard. Genial. Grüße jetzt mehr hat, äh, Tanzo. Schade, ja. Gammti ist rechts. Also, der, äh, ...neine da. Gammti ist rechts. Ach, komm. Zarya ist rechts drin. Kommt noch wer zu mir. Hans, Hans. Hans ist down. Hans ist down. Gammti ist down. Gammti ist. Gammti ist so down. Gammti ist so down. Gammti ist so... Ähm, reicht. Ich hätte jetzt Bim gebraucht aber... Okay. Rechts oben ist Zarya. Oh Mann, das klingt ja nicht so sehr. Nicht so knapp. Wie ich in die Treppe? Nein. Bin da. Oh fuck, der Gendit ist oben auf der Drücke. Ja, das ist so ne Wechsel. LOL, wie der jetzt schon Ulti hat, das ist doch nicht so. Ja, der hat die ganze Zeit geballert. Okay, geht's nicht. Ich glaub, das wird unser erster Los. Ach. Erstmal genau so schnell. Ja, wir können ja genau so schnell. Hallo, komm zurück, du hast doch nicht mehr volles Leben. Ich bring nur schnell mein Ulti mit noch an, da wechsel ich auf Reaper. Ich hab noch nicht in meinen Ulti. Wieso ist eigentlich da euer Held verhandelt nicht mehr? Muss mich umstellen. Leicht direkt oben. Wenn ihr da. Okay, ich geh mal. Ich weiß nicht, du kriegst drei, vier. Gehen alle rechts. Hunger down. Na, I don't know if he flinked vor dir. Na, I don't know if he flinked. Shit. Komm, Roadhog, Roadhog, Roadhog. Keine Ahnung, Chargedrieger. Das ist so schlecht. Haha. Gambling ist immer noch rechts oben. Der geht hoch. Ja, der braucht dann protesten. Geht rechts. Und dann stehst du ein Stück nach vorne noch hin? Also am besten beim vorderen Punktrand. Wo ist der Hanzo? Also rechts, rechts, ja. Vorschuss und links hier oben alle. Oder zumindest sehr viele. Hanzo main. Ja, ich wollte Charge holen, aber der Hanzo auch nicht geschissen. Da, ja. Hinter uns, Genji. Von hinten. So gehen wir da rechts. Genata ist down. Ja, schön. Wir kicken. Oh, nein! Der hat das was. Nice. Schön gemacht, sogar in Reaktion erst auf den... Punkt auf Punktfallung. Ach, ach, ach. Kommt da nicht. Ich bin noch am Punkt. Genti, Genti, Genti. Der ist... Okay, gerastet. Genata, genata. Sorry, hab ich noch. Wir haben noch ein bisschen Zeit gebraucht. Soll ich mal wechseln? Ich fühle mich grad sehr nutzlos. Auf Diva, eventuell. Wenn du denkst. Gutes, dann mach es. Oh, wie geht das? Macht nix. Warten rings. Geil. Äh, Lucio ist rechts oben. Rechts oben. Rechts oben ist schon Losur. Aber nicht blicken, das alleine. Oh, wir kommen ja nicht hoch. Rechts oben, wir kommen ja nicht hoch. Vielleicht auch der Hansor. Hinter uns ist Hansor, hinter uns ist Hansor, hinter uns, hinter uns. Ich kümmer mich zu tun. Das ist eigentlich dumm. Ah, Hansor ist down. Schild laden. Hallo, bleibt um rechts. Hansor ist down. Ach. Ach. Der Lucio ist immer noch rechts oben. Aber ich dachte, es ist gut, wenn wir vorhin ein bisschen haben, das gibt so. Der Lucio ist low. Wird ja wieder heilen. Der Lucio ist low. Richtig low. Down. Down. Der hat alle recht sitz. Außer Hand hoch. Na, pf. Ich hab' den Gun. Den Kenji. Brav den Gun. Brawl, Brawl, Brawl. Ja. Brawl, 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 Brawl Nein, ach, ich bin so dumm! Okay, lassen wir noch die Zaya. Jetzt der Zenyatta. Okay, die haben jetzt, wenn sie das nächste Mal kommen, die auf jeden Fall die Zaya holt. Und wir haben keine Ziele für uns. Hallo, magst du oben auf das Ding gehen? Soll ich dich vielleicht ein bisschen entgegenpushen? Nein, nein. Warte, ich hole mir ein bisschen Schaden. Ich heiz mich hoch. Sie haben schon der Ultimate, also lass ich mich ein bisschen treffen. Okay, jetzt kommen sie. Wo kommen sie dann? Main aus? Main, Main, Main. Aber, oder links, 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 bitte. Hallo, magst du hin, hoch gehen, auf die... Oder links, oder links. Magst du Top nehmen? So, ich hab mir mal. Nice. Wann soll die zogen? Die Zarya habe ich. Ja, die wichtigste Holt ist weg. Ja, genau. Ich hab mir gedacht, da fahr ich mal rein. Und du bist schneller wieder hier als sie, deswegen... Ja. Und bis dahle war vielleicht noch mal die Ulti gebraut. Und ich hab meine Ulti noch wieder. Ich hab meine Ulti noch wieder. Ich hab meine Ulti noch mal wieder. Ich hab auch 60. Ich hab auch 60. Links ist ein Roadhog. Ich geh gerade wieder raus. Ich hab ja jetzt... Okay, die kommen jetzt. Wir haben immer noch keine Ulti geholen. Die Achtung. Wir haben immer noch keine Ulti geholen. Hallo, magst du mal hoch gehen, hinten hoch gehen? Ja. Dass wir einen oben haben, der... Ich leg's hin. Okay, du bist... Okay, du bist... Okay, du bist als einziger drin. Okay, okay. Ah, Senator, wulscherste. Boah. Ja, ich würde dir jetzt nicht umgefallen. Okay, wir auch, wir auch. Kenji? Senator ist da. Kenji? Der ist fast down. Down? Ja. Hanzo rechts. Achtung. Okay, 37 Sekunden, letztes Stück vorgehen. Einfach nur hier, dass er nicht weiterkommt. Wir werden auf Tracer wechseln. Wechseln. Über geht rechts. Oh Mann. Vorsicht. Lucio war da. Okay, geht wieder ein Stück zurück. Einer hat. Ja. Gut. Gut, gut. Gut, gut. Gut, gut. Gut. Gut, gut. 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 Geschw hvad Leben wl auch ... Einer hat der Panik geschoben, weil ich den Air Shatter gemacht habe. Da hat er es hingekackt. Ja genau, und dann halt direkt die Hand hole hinterher. Ja, mhm. Gleich Speedboost, und gleich ganz aggressiv rein, oder? wie wär's mit affe dann haben wir glaube ich wirklich sehr wenig schaden oder ja wenn dann halt so nein 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 bitte schon einen ordentlichen heiler was man jetzt damit muss ich einfach zu wenig hiel raus hat da kannst du alle ein aber wenn es jetzt in gewissen tank hoch zu sein dann ist es schwer ja so soll es schon passen müssen halt nur ganz kurz gucken was sie haben wenn die besten haben kann man nicht vielleicht nicht ganz so durchrennen oder wenn die Symmetra haben aber sonst ganz kurz gucken und dann durch direkt entweder das oder wir warten kurz bis er was anderes da hat bis er einfach alles tot gemacht hat ne aber die abgelenkt hat zumindest ich würde jetzt mal die schnelle methode probieren und wenn es nicht geht dann müssen wir halt warten bis er ablenkt aber wir können prinzipiell den ersten rein poche so lange verzögern bis er auf hinten ist das passt eh ganz kurz noch da passt nicht lang oder sobald auf die ersten schießt und sich rinnt die ersten gehen wir rein gehen auch gleich links rein dass wir auf der seite reingehen wo er auch her schießt es wird so ein brennender reff wird gleich vorne runterfallen ich habe ja schieße wir haben zwerg ich bin schon mal in rinnen schon oben also wohin hinten wir haben eine turret Ich bin rein, ich bin in der Linken. Hände auf den Rassi. Ratter, ratter. Ich bin fängig. Oh f***. Ja, ihr seid nur noch zu zweit von uns. Ja, ihr seid zu zweit. Genau, meine jetzt. Rassi ist down. Okay, gleich hinterher pushen. Wir sind alle am Punkt. Wir treffen uns. Ja, aber ihr seid... Ihr seid weniger jetzt. Ihr seid zu zweit von vorne. Ihr seid nur zu zweit. Der Roadhog links ist einigermaßen low. Es ist nur zur Hälfte gehealt. Nein, verpackt. Reaper oben. Reaper über uns. Vorsicht. Ich rutsche rechts durch. Ich bin rechts durch. Einer hinter dir. Da hat er der Schild fallen. Ach, der. Der hat nicht gepickt. Wir haben zu viel gepickt. Ja, es war sehr gut gemacht. Wir haben zu wenig Schaden, glaube ich, hinter dem Schild. Wir haben nur den Soldier. Nein, das war mein Schild. Der Schild gehabt ist. Wir gehen immer rein und dann stirbt nichts von denen. Beziehungsweise wir werden totgepickt. Na, wir sollten wenigstens einen picken. Ich hab meinen Ult jetzt. Wir müssen heute das Reinertschild wegkriegen. Lass uns mal sammeln, bitte. Ich hoffe schon, den Reinert rauszufahren. Ja, okay. Ich geh wieder am Punkt. Da, da, da. Ja, ja, okay. Warum? Ich denke, du willst ihn rausfahren. Ja, du zuerst. Wieso ich zuerst? Nein! Ich bin gehockt. Na los. Also geht auch, aber... Ja, so war das nichts. Ich dachte, weil er vorhin stand, dass du ihn gleich kriegst. Egal, wir haben jetzt noch eine Attacke. Wir haben noch mehr, oder? Ja, zwei, genau. Und die haben ihre Ults gerade verblasen. Ich werde nicht sofort gehockt, wenn das Schild down ist. Okay, also soll ich zuerst jetzt? Ja, bitte. Geil, das bringt dir gar nichts. Okay, und... Genau, was? Der Roadhog. Die 3-1-2-2. Die Mercy, die Mercy, die Mercy, Mercy, Mercy. Mercy's down. Jetzt der Roadhog. Hinter dir, hinter dir, Rock. Danke. Zurück, oben rechts. Okay, ich geh, ich geh rechts oben. Soldier war los. Stay alone. Nein, nein, all schlecht. Zentry down. Zwerg down. Soldier down. Ein up, ein up, ein up. Einer down. Barrier's on. Okay, good job. Nein. 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 Achtung, Reaper. Reaper's irgendwo. Oben, der kommt jetzt Ulti an. Ja. Versuchen wir das jetzt nochmal mit dem runterfahren? Oder erst das Rana Chilt weg und ich mach dann meinen Ult. Warte mal, sind wir alle da? Ja, ja. Was, dein Wehner Helm. Kannst du auch anders rüber probieren. Passt auf. Aber dann nehm ich da jetzt sofort den Renner drauf. Der hängt ja nicht dem Ding. Ja. Hallo. Schilt nicht. So kann ich dich ja auch nicht heilen. Ja, aber. Die Leute, ich dachte ich muss mit ihm auch. Solange es Schilt nicht da ist, schläfst du eh ganz nicht. Ausgleich kommen als Schilt nicht. Okay. Wir haben keinen holo. Wir haben keinen holo. Ja, lad deinen Schild auf. Nicht Wasten. Ja. Okay, ich mach Speed Boost an und dann gehen wir rein. Okay. Drei. Zwei. Ein. Los. Nein. Nein. Holten vor. Ja, hinter uns. Oh, Mann. Also der holo, der muss Leo für Leo sein. Ja, nein. Irgendwie. Give me another shot. Das ist eine schöne alte nicht. Ich versuche mal als Bestchen links lang zu fahren, ja? Warte auf. Komm da ins Land. Oder wollen wir nochmal? Nein, nein. Probier das nochmal. Das ist schon okay. Aber lass uns zuerst rein. Oder sag wann wir reingehen sollen, Mann. Dass du einfach die Ablenkung hast. Ja. Ich kann sie mal lenken da rechts. Ja, okay. Okay. Dann. Macht euch bereit. Hallo. Ich bin hinter innen. Ich bin da. Ich krieg nichts tot. Das war für'n Arsch. Ich versuche es jetzt mal hinterm Reinhardt Schild. Das ist noch einmal mein Ult Krieger. Mein Ult ist auch ready. Ja. Ja. Lad mal dein Schild auf. Wo steht die Mercy? Links oben. Irgendwo ganz hinten halt. Aber wir rechts rum gehen. Wir lassen uns doch mal einmal main mit Schild. Okay. Dann los. Links ist der Rollshock. Vorsicht. Ich komm erst jetzt nach. Ein Schild bricht. Geil. Okay. Wollen wir auf den Punkt? Haben wir Ultis? Nein. Ich bin da. Ich bin da. Ich war schon zu low. Ich hab jetzt der Ultimate. Ich auch. Okay, dann lass mal rechts rum gehen. Ihr seid zu dritt vorne nur. Ihr seid nur zu dritt. Rollo nicht sterben. Okay, lass rechts rum gehen. Wir warten. Wir sind 0 zu 5. Wir kommen jetzt zuerst. Nochmal main? Ja, oder nochmal main. Passt auf den Rollshock links auf. Okay, los, los, los. Ein Tick. Black down. Nein, nein. Wir warten uns nicht so lange, bis der Reinhard jetzt einen Charge hat. Mercy down. Forut down. Los rein, rein, rein. 3 am Leben noch. Wir sind in den 5. Sekunden da. Oh, der soll das schon wieder sein, Uli. Was ist das? Fuck. Ich hab dich jetzt. Ich hab dich jetzt. Ich hab dich jetzt. Ja, der ist anders. Komm, wir gehen einfach noch mal rein, wenn wir ihn kennen. Komm. Ja. Ja. Deswegen. Merci. Senjato. Ja. Gibt's nur 3 Punkte. Na, immerhin. Nicht verloren. Das war das Wichtigste. Ja. Müsste jetzt eigentlich Draw sein, oder? Na, gibt's ja noch mehr Time, oder? Ja, ich glaube. Ne? Ah, dann kann ich nicht. Oder? Ja. Ja. Ja, das finde ich auch viel besser, als jetzt nochmal zu können. Ja. Die hat eine Goldwaffe. Das kann ich nicht so sein. Mann, das ist Play of the Match. Wir haben auch den Punkten nachgekriegt. Wenn dann war das ganze am Ende jetzt. Play of the Match. Ich bin mal kurz 8k. Ja ohne den Revive hat man es noch gekriegt. Ah naja. Das sieht doch perfekt aus. Ja genau und die nächsten immer wieder. Wie wenn es Absicht gewesen wäre. Ja. So. Das war es für mich dann heute. Ach nee ich mach es fast. Joah. Ach. Erstmal...